Ich glaube, heute kommen wir zur wichtigsten Folge überhaupt, was das Zeitfahren angeht. Weil wir wollen vielleicht noch in dieser Folge die Goldräder freischalten. Vielleicht, meine ich wahrscheinlich zu 100%. Heute eine Ausnahme mit dem Koopa Trooper. Er ist anscheinend, glaube ich, ein bisschen langsamer als Yoshi. Aber ich würde mal sagen, wir gönnen es ihm heute noch. Und wir kommen jetzt da hinten, haben wir das letzte Mal die zwei abgeschlossen. Oder die zwei haben wir abgeschlossen. Ja, die zwei haben wir abgeschlossen. Jetzt kommen wir zu den zwei noch. Das wird ein Vergnügen, Varios Gold Mine. Mal gucken, wie das da läuft. Gleich gegen Vario und Deutscher. Okay. Also wenn ich merke, ich würde zu... Ups, da haben wir noch einen kleinen Fehler. Ja, wenn ich merke, ich würde zu Schwierigkeiten haben oder so mit Koopa Trooper, dann würde ich das natürlich ändern. Weil ich bin jetzt eigentlich die ganze Zeit mit Yoshi gefahren. Yoshi und den Bärchen und den Gleiter. Aber vielleicht läuft sie noch besser mit dem Koopa. Ich bin eigentlich das letzte Mal im Stream mit dem gefahren. Und ich habe mir auch gesagt, ich nehme dich dann nachher seit dem letzten Mario Party 9 Video. Ich glaube eigentlich im Stream ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht mit ihm. Ich war da noch ein bisschen, glaube ich, am Ausprobieren. Äh, mit der Zusammenstellung. Oh, das war jetzt nicht gerade gut. Ja, da kommt der... So abkürzen oder so können wir da gerade nichts. Ah doch, es gibt da schon ein paar Abkürzungen. So ein paar kleine Stellen sogar am Schluss auch. Ja, da vorne nämlich können wir da so einen Jump wagen. Jawohl. Sehr nice. Jetzt sind wir auf dem ersten Platz. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich weiss nicht, ob ich, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr Mini-Trupe habe als Yoshi. Da könnte man auch abspringen, habe ich kurz gesehen. Ich habe jetzt die Unterschiede nicht so gross angeguckt. Koopa Trooper oder Yoshi. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, Koopa Trooper ist ein bisschen leichter als Yoshi. Aber mal gucken. Jetzt sieht es ja gut aus. Der... Ja, die brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Sieht gut aus. Ich bin überrascht, dass es gerade so gut läuft. Weiter so. Vier Sekunden schon Abstand. Okay. Scharfe Kurve noch gewesen. Mhm. Und nach dieser Runde werde ich dann aber noch etwas noch kurz noch erwähnen. Bisschen, was noch zur letzten Folge noch was erwähnen. Mhm. Sind wir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen. Boah. Haben wir das auch sehr schön. Das ist eigentlich gar nicht krass im Rückspielkugel. Ich kann nach unten rechts gucken, aber man weiß ja nie, ob er gleich nahe ist. Aber ich glaube, die erste Strecke sieht der Sieg gut aus, ne? Jawohl. Gewonnen mit ziemlichen Vorsprung, würde ich mal sagen. Neu Rekord. Ja gut, das ist das erste Mal, wo ich jetzt da am Fahren bin. Nice. Schöner Abstand. Über 6 Sekunden Vorsprung. Katzen Peach kommt. Das ist die Regenbogenboulevardstrecke aus SNS. Die wurde eigentlich auch neu auf Deutsch übersetzt, weil SNS-Zeiten war Mario Kart. Also Super Mario Kart heisst es eigentlich in Deutsch. War das Spiel auf Englisch noch zu spielen, auch die europäische Version. Ich meine, was soll man da groß übersetzen eigentlich? Später wurden die Strecke dann am besten übersetzt. Schauen, ob ich den Sprung da vorne hinkriege. Ich hoffe es. Ja, sehr schön. Ja, ist eigentlich nicht so eine lange Strecke. Aber was ich noch sagen wollte vorhin. Na, Feedback zur letzten Folge. Erstmal noch ein grosses Dankeschön. Und alle diejenigen, die sich kurz Zeit genommen haben, betreffend einen Vorschlag noch zu schreiben. Und ich habe auch gemerkt, es wurde vielleicht was Kleines, ein bisschen missverstanden. In Sachen, neue Content-Ideen. Also einige haben es verstanden und einige haben es ein bisschen leicht missverstanden. Aber das macht ja nichts komplizieren. Darum auch noch kurz mein Feedback dazu. Betreffend zu neuen Content-Ideen. Das habe ich natürlich schon auch. Das stand natürlich auch im Titel. Aber ich hatte ein bisschen zu wenig Platz im Titel, um alles natürlich hinzuschreiben. Darum schreibt man meistens auch in den Titel was Kurzes hin. Und erklärt es dann auch im Video. Und betreffend neuen Content-Ideen meinte ich eigentlich in Mario Kart 8 Deluxe. Und nicht irgendwo auf YouTube oder weiss nicht, bei einem anderen Spiel oder so. Und ja, da kamen schon einige Ideen dazu. Und da sind sogar auch allgemeine Content-Ideen, was ich natürlich auch noch speziell gefunden habe. Aber es ging mir eigentlich ein bisschen auch um Mario Kart. Mal schauen, wie das hier aussieht. Ich werde nachher gleich noch was dazu sagen. Cool, 1.38. Uh, ist aber noch knapp geworden, ne? Polar-Kreis-Parkour-Russland. Okay, Tanyuki-Mario. Was hat denn der da eigentlich? Okay, könnte nicht so schwierig sein. Okay. Vielleicht könnt ihr mal noch ein bisschen genauer auf eure Vorschläge drauf eingehen. Zum Beispiel den Vorschlag von Zuckman. Ich habe ihn zwar auch schon zurückgeschrieben, aber vielleicht ist es ja besser, wenn ich das da auch klar am besten stelle. Weil es geht um das Thema Mod. Mods sind eigentlich Modifikationen, wo man vornimmt mit einer gehackten Nintendo Switch. Und da gibt es auch zum Beispiel unterschiedliche Mods für jedes Spiel. Nicht nur für Mario Kart, sondern auch für andere Switch-Spiele oder andere Konsolen oder Plattformen von Nintendo. Jetzt habe ich den Pilz ein bisschen zu früh benutzt. Und da gibt es zum Beispiel auch so einen Mod, wo man Lakitu entfernen kann. Das war auch so ein Vorschlag, das zu benutzen und so. Und dann zu zeigen und dann ein bisschen auszuprobieren. Ja, Nintendo aber ist nicht so begeistert von solchen Sachen. Also ich kläre das jetzt einfach in diesem Video. Und ich muss auch sagen, so etwas auf YouTube zu bringen, ein Spiel zu verändern. Ich weiss, einige denken vielleicht, ja gut, andere machen das ja auch so. Aber ich muss sagen, es gab auch schon Fälle, wo andere Leute von Nintendo dann, ähm, was soll ich sagen, ein bisschen gebüßt wurden. Damit meine ich einfach, dass Nintendo sich dann nachher mit den Leuten in Kontakt gesetzt haben. Oder in Antworten direkt mit YouTube, um das Video dann nachher zu entfernen. Weil, wenn man so einen Mod halt auch bringt, dann zeigt das halt nicht so richtig das Spiel. Also, einige Mods sind zum Teil auch richtig krass. Also, krass meine ich, dass man irgendwie den Charakter auch komplett verändern kann, was die Optik angeht. Und das gefällt natürlich Nintendo auch nicht. Ihr müsst euch das auch mal so vorstellen, wenn ihr ein Spiel programmiert oder so. Oder veröffentlicht und dann kommen andere und verändern komplett das Spiel. Also, ich meine, ich habe ja nichts dagegen oder weiss nicht was und so, oder? Ich meine, es ist immer lustig, wieder mal was Neues zu sehen und so, oder? Aber ich persönlich selber, ähm, ich würde das eher weniger da bevorziehen. Also, was das bei mir auf meinem YouTube-Kanal einfach angeht. So, so sieht das ein bisschen bei mir aus. Russland besiegt den Tanuki Mario. Hyrule Piste gegen den Mitsu aus Japan. Aber danke noch für den Vorschlag betreffend, äh, Zockmann. Vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Weil es geht ja auch ein bisschen darum, um Sachen, wo euch vielleicht auch interessieren könnte, wisst ihr? Klar, das mit Lakitu, das wäre sicherlich interessant, aber, ähm, wie schon gesagt, ich lasse von solchen Sachen eher die Finger davon. Das kann schlussendlich selber jeder entscheiden, ob man das machen möchte oder nicht. Und betreffend anderen Vorschläge habe ich auch gesehen, zum Beispiel Pikmin. Also, Pikmin in den Kommentaren, der hat auch vorgeschlagen, wow. Äh, betreffend vielleicht Pikmin zu zeigen. Das hat jetzt wahrscheinlich eher weniger was mit Mario Kart zu tun. Also, das hat gar nichts mit Mario Kart zu tun. Weil mit so einem kleinen Pikmin kann man ja da nicht rumfahren. Aber er meinte einfach so als allgemeiner Vorschlag von Content. Da muss ich sagen, Pikmin ist bei mir ein bisschen so mittelmässig. Ich habe es mal, wie soll ich sagen, ich habe mal Pikmin 3, äh, Pikmin 4, da habe ich die Demo angeguckt. Und ich glaube, Pikmin 3 habe ich auch kurz gespielt. Und glaube ich, Pikmin 2 oder 1 habe ich sogar die physische Version zu Hause. Weil ich glaube, ich hatte es sogar auch mal vor, vor dem Release von Pikmin 4, ähm, es bei mir auf YouTube zu bringen. Aber irgendwie, ich weiss nicht, irgendwie kommt es ein bisschen dazwischen oder ich weiss nicht. Und ich habe halt dann eher dann nachher gesagt, ey komm, ich bleibe lieber ein bisschen bei Mario Content oder so. Ja, wobei ich muss sagen, die nächsten drei Spiele oder zwei Spiele, wo demnächst im Oktober erscheinen, haben ja auch ein bisschen weniger was mit Mario zu tun. Aber es ist einfach wieder etwas Neues. Und ich musste halt auch ein bisschen auf YouTube gucken in Sachen neuen Content. Weil all das Zeugs wird da zum Teil halt nicht mehr gross angeguckt. Muss man halt da ein bisschen auch schauen. Nein, wow, 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 das wird jetzt mega knapp wahrscheinlich. Ja, wow, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, Leute? Ich hätte gedacht, ich würde das übrigens nicht mehr schaffen. Aber ich habe jetzt trotzdem es noch durchgezogen bis zum Schluss. Ei, 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 wie knapp war das denn? Ja, wir kommen zum letzten Cup, dem Glocken Cup. Portugal, Knochenbauer, so das wird eine heftige Strecke, wo jetzt kommt. So eine Frage an euch, gibt es irgendwie Pikmin-Spieler? Außer Pikmin-DM, der gerne bei mir auch ein bisschen kommentieren ist. Was da aktive Pikmin-Spieler gibt. Ich weiss es nicht. Ja, des Weiteren kommen noch andere Vorschläge, wie zum Beispiel auch, ich kann jetzt nicht gerade wegen des Namens gucken, aber es wurde vorgeschlagen, online zu spielen, weil mir fehlt eigentlich ja nicht mehr so viel auf die 10.000 Punkte, dass ich einfach online Rennen fahre. Also ich glaube, das spannend ist, mir mal online Rennen zuzugucken, aber vielleicht schon, vielleicht irgendwann irgendwas Spezielles passiert oder so, oder irgendwelche lustige Dinge oder so. Hätte ich eigentlich abkürzen können, links mit dem Pilz. Kann man weit auch abkürzen. Ist ein Online-Rennen zu fahren, vielleicht guckt dir jeder gerne zu. Dann wurde auch vorgeschlagen, gleichzeitig über Themen zu diskutieren. Und ja, muss man sich natürlich auch ein bisschen was überlegen. über was man gerne diskutieren möchte. Kann man natürlich alles auch. Einige nutzen ja auf YouTube. Okay, gut, ich möchte nicht alles immer gleich machen wie andere auf YouTube. Bisher, dass man da irgendwie über gewisse Sachen redet, wenn da irgendein Mario Kart-Video da läuft oder so. Boah! Da habe ich mich jetzt aber gut gerettet. Weil ich kann ja auch so sagen, ja gut, ich lasse ein Splatoon-Spiel und lasse bei einem Splatoon-Spiel, lasse ich, rede ich über eine Diskussion. Aber ich glaube, Mario Kart ist euch wahrscheinlich ein bisschen auch lieber, ne? Aber ey, grossen Dank noch für die, für die Vorschläge. Was habe ich jetzt gemacht? Einfach irgendwie komisch abgebremst. Also wenn ich wieder ein bisschen freie Luft habe oder wenn das nachher hier zu Ende ist, dann habe ich da ein bisschen eine Auswahlmöglichkeit dann nachher auch. Was fällt denn noch darunter? Weil dann hätte ich eigentlich in dem Spiel alles freigeschaltet nach den Goldrädern. Dann bleibt mir ausser Online-Fahren ja fast nichts anderes übrig. Dann haben wir denn da Bewohnerinnen auf der Partystrasse. Schlacht-Modus. Ist übrigens auch noch vorgeschlagen worden, online zu spielen. Dort habe ich, glaube ich, gar kaum Punkte oder so. Schlacht. Dann trainiert man natürlich auch ein bisschen seine Skills in Schlacht. Kann man natürlich auch mal ein bisschen Rennen und Schlacht, ein bisschen abwechsen oder so. Und gleichzeitig vielleicht über gewisse aktuelle Themen reden, wie zum Beispiel Nintendo. Das nächste Konsole. Oder sonst irgendetwas Spannendes, was gerade in ist. Kann man alles auch. Mario Kart sowieso. Wenn immer das Gameplay zu kommen, wenn ihr die Tieren, das ist dann mit der Zeit auch immer dasselbe. Aber das kann man ja natürlich auch ein bisschen interessant gestalten. So. Und bald übrigens. Also ja, bald. Das wird wahrscheinlich schon noch ein bisschen dauern. Aber es wird ja auch noch bald. Dann irgendwann noch die Welle 6 dann nachher kommen. Aber ich glaube, so wie einige von euch auch im letzten Stream gesagt haben, war eigentlich dann erst im Winter. Also Winter, Dezember oder so. Cool, wenn Nintendo irgendwie mit einer neuen Überraschung kommen würde oder so. Ich weiss nicht. Gamecube Online oder so. Oder ja. Neues Handyspiel. Mario Party auf dem Handy oder sonst irgendwas cooles. Oder allgemein komplett neues Mario Party. Ich weiss auch nicht, hat jemand von euch eigentlich, also wer bisher hierhin jetzt geguckt hat, eigentlich das Erweiterungspaket. Ihr wisst ja, wenn ich gerade so euch frage, dann bekomme ich vielleicht noch ein bisschen ein besseres Ergebnis. Wird, dass ich im Community Tab frage. Im Community Tab kann es auch sein, dass gewisse Leute dort abstimmen. Und da kann man übrigens auch rechts abkürzen, aber ich kürze jetzt extra nicht rechts ab. Weil ich da noch ein bisschen unsicher bin mit der Abkürzung. Weil im Community Tab, ähm, ja, da gibt es ja auch nicht nur Abonnenten, wo dort irgendwie zuschauen oder, äh, abstimmen. Und darum nimmt es mich halt auch von den Abonnenten, wo jetzt hier gerade auch zuschauen wohnen, der Erweiterungspaket. Weil dort gibt es zum Beispiel auch Mario Kart 64, wo ich mega Bock hätte, auch mal mit euch mal im Livestream zu spielen. Also ich weiß nicht, wer von euch eine normale Internetverbindung hat, dass man das mal zusammen ohne Lacks spielen könnte. Wir fahren gegen Shy Guy. Juliette. Oder Juliette. Juliette. Der pinke Shy Guy. Ja. Das könnte Zetze sein. Die mag doch den Shy Guy so sehr. Oder ich weiß nicht, ob es auch irgendwelche Shy Guy-Fans von euch gibt. Also ich finde Shy Guy finde ich eigentlich auch nicht schlecht, sagen wir es mal so. Ich habe ihn eigentlich noch gerne in Mario Strikers gespielt. Oder ich muss auch sagen, es gab glaube ich sogar auch mal eine Zeit in Mario Kart. dort hatte ich ihn auch schon öfters. Ich habe sogar auch noch ein spezielles Short mal von dem gestaltet. Aber das findet man nicht mehr bei mir auf YouTube, sondern bei mir auf Instagram oder TikTok. Dort gibt es noch ein spezielles kleines Kurzvideo mit dem Shy Guy. wo er die Polizei ist. Ja, ja, da schreit ich. Er ist schon cool. Da gibt es so mehrere davon. Es gibt ja auch noch die Sniffids. Ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt. Die können ja glaube ich irgendwie so schießen oder so. Trifft man glaube ich auch meines Wissens in Paper Mario und der Origami King an. Oh, ich glaube ich benutze lieber jetzt meinen Pits schnell. Damit ich einfach schneller losfahren kann. Aber Shy Guy ist irgendwie da hinten stecken geblieben. Der ist irgendwo da hinten stehen geblieben. Und das ist krass, ich spiele jetzt nicht mit dieser 9 Meter Kombo. Ich spiele mit Koopa Troopa Kombo. So. Und das hat übrigens meines Wissens bei Mario Bros. 2 auf dem NS, das könnt ihr übrigens auch spielen, NS Online, die auch kostenlos in eurer Mitgliedschaft dort gibt es bei Mario Bros. Wow, shit, jetzt mache ich ein bisschen Fails. Mario Bros. 2 hat mega viele Shy Guys zu finden. Ich weiss gar nicht, wo die Shy Guys zum ersten Mal erschienen sind. Es könnte vielleicht sogar Mario Bros. 2 gewesen sein auf dem NS. Weil dort hat es sehr viele. So, haben wir den auch noch knapp besiegt. Trotz ein paar kleinen Fails. Ich glaube, ich hatte sogar noch einen Pilz am Schluss übrig. Ja, ist nichts gerade leicht. Ein bisschen über was reden und danach noch ein bisschen auf meine Items achten. Das große Finale, Leute. Big Blue gegen Mario Arkadylan aus England. Uh, mit dieser Kombo. Der hat Speed. So, Finale, Leute. Finales Rennen. 3, 2, 1 und es geht los. Das ist ja auch der Mario, den man glaube ich auch irgendwie so bei gewissen Bildern oder so gesehen hat. Der Super Mario. So. Weil ich muss auch sagen, so Content-Ideen, da habe ich viele Sachen wo mir durch den Kopf übrigens gehen. Ich dürfte eigentlich gar nicht so viele unterschiedliche Let's Plays oder so machen oder so Sachen. Also, ich darf natürlich alles, wenn ich möchte. Aber, ja. Ich muss mich da ein bisschen vielleicht auf noch Wichtigeres noch konzentrieren. Aber eben, lasst euch überraschen, was da noch kommen wird. Lasst euch überraschen. Ja, da kürzen wir mal ab. Der geht schon ziemlich gerade ab. Ich hoffe, ich besiege den. Ich komme gerade ziemlich langsam vor. Ja, das Duvel gegen den Nintendo-Entwicklergeist. Hey, wenn ich den besiege, dann müsste ich die Goldreifen bekommen. Bekommen. Aber der Flitzmer richtig schnell ab. Boah. Ja. Ich hoffe, ich kann den da noch irgendwie aufholen. Der hat schon ziemlich Gas gegeben. Jetzt habe ich auch volle Punktzahl an Münzen. Komm schon, das ist der letzte Geist. Der letzte Geist. Der letzte Geist. Ah, ist da unten durchgegangen. Ja, da kann man ja auch irgendwie ein bisschen abkürzen. Wer ist der Erste? Oh! Ja. Ich kürze da lieb. Nein! Nein! Oh mein Gott! Ich habe ihn auch besiegt. Was war denn das für ein Bundesring? Wow! Ja, ein 37, 28, 3, 16. Krass! Hättet ihr das gedacht? Also, da gab es schon ein paar spannende Ränder unter. Coole. Wow! So, und jetzt gibt es die Belohnung. Oh, wir beenden mal. und du hast mit 150 Cisem auf jeder Strecke den Entwicklungsgeist besiegt. Ein neues Fahrzeugteil ist nun verfügbar. Jawohl! So, und das werden wir jetzt nämlich gleich mal anschauen. Ich nehme jetzt extra mal hier den Gold Mario. der Gold Mario. Und da ist es! Achtung! Fertig! Los! Die Goldreifen! Oh mein Gott! Bärchenkart mit Goldreifen. Wie geil sieht das denn aus? Heftige Sätze. Tempo, geht ab, hey! Wow! Stellen wir gleich noch den Goldkart zusammen. Endlich habe ich es geschafft, eh! Gut, ich musste mir einfach am besten die Zeit dafür nehmen. Das ganze Set komplett. So sieht das Ganze übrigens aus, ne? Beschleunigung tief unten, aber dafür ein Tempo, Gewicht, Handling. Ja, ich gehe jetzt mal eine Tour mit dem genau auf der ersten Strecke, würde ich mal sagen. Gegen den Geist antreten. Jetzt kommt der Endboss, Leute. Ich fahre gegen meinen eigenen Geist mit dieser anderen Yoshi-Meta- Kombo jetzt. Besiege ich ihn oder nicht? Besiege ich meinen eigenen Geist? Sieht doch so nice aus, ey! Komplett Goldig, der Gold Mario. So, mal gucken. Also Speed habe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber wenn der dann natürlich driftet da vorne, dann zieht der da vielleicht ein bisschen mehr ab. Yeah. So, schnappen wir da die Münzen, damit ich ein bisschen Speed bekomme. Okay. ich frage mich, was ich davor noch gemacht habe. Links bin ich durch. Wow, krass, ey. Oh, das Handling ist aber schwierig, ich merke immer das Gewicht. Ja, der hat schon vier Sekunden Vorsprung. krass. Ich glaube, ich bin sowieso da, ich glaube, ich bin noch gut gefahren. Ich weiss nicht, ob ich irgendwo einmal irgendwie noch was berührt habe. Aber, ey, wir haben die Gold Reifen, Gold Kart, Gold Mario, das komplette Sette. Bei Mario Kart Tour habe ich ja das auch erreicht. Dort habe ich auch den Gold Mario letztens freigeschaltet. und gleichzeitig noch das Gold Mi Outfit. Wieso komme ich da nicht so gut rüber mit dem? Mit dem anderen bin ich irgendwie besser rüber gekommen. Ja, ja gut, ich werde da mal ein bisschen mehr Tests machen, vielleicht auch im Livestream. Werde ich das ein bisschen ausprobieren. Muss mich zuerst mal ein bisschen auch daran gewöhnen. Ich merke, das Gewicht ist schon ein bisschen schwerer. Ja, es heisst nicht, wenn man das ganze Gold Set hat, dass man dann nachher super ist. Aber man kann sagen, es gehört zur Errungenschaft, zum Erfolg, dass man das Schwieriges auch freigeschaltet hat. Komm ich da nicht so irgendwie da links durch. Ich war immer in dieselbe Röhre. Egal, ey, richtig cool, ey. Ja, ich war da schon um einiges langsamer. Über zehn Sekunden, elf Sekunden, na, cool, aber immerhin haben wir es. Um das geht es ja natürlich auch. Und das Coole ist, man kann sogar auch die Highlights angucken, nach einem Zeitfahren. Ich weiss nicht, ob man noch eine andere Perspektive sieht. Oder einfach ganz normal, aber ich glaube, das sieht mir noch normal aus. Einfach komplett freies Overlay da, also dass man eigentlich gar nichts sieht, Anzahl Münzen oder so. Zeitlupe kann man da auch mit dem rechten Stick ein bisschen verlangsamen. Aber ich kann die Sicht nicht verändern nach vorne oder so. Geschwindigkeit kann ich auch ein bisschen nach vorne tun. Rückwärts kann ich auch noch spulen. Mega geil, wusste ich gar nicht mit mit dem Link Stick. Okay. Jetzt konnte ich das Highlight Video einstellen, weil jetzt sieht man das von einer anderen Perspektive. Wie Nintendo manchmal Trailer auch erstellt, kann man das so einstellen, dass man nur die Action Momente sieht oder nur die Drift Sachen. Ich habe es mal einfach auf Drift eingestellt, weil man da ein bisschen mehr Drift auch sieht. Richtig nice. Cool. Hey, damit mich hier fürs Zuschauen. Er freut sich da nicht so. Er hat ja den anderen Geist nicht geschlagen. Aber nichtsdestotrotz bis zum nächsten Mal und Tschüss zusammen.